RESTART der A-Junioren-Bundesliga am kommenden Wochenende, das bedeutet erstes Pflichtspiel für unsere U19 im Jahr 2023. Die Vorfreude ist groß bei Coach & Spielern, trotz verkürzter Vorbereitung. Ja, die Vorbereitung war verhältnismäßig kurz, das heißt, wir haben auch gleich in der ersten Woche gut Gas gegeben, war aber auch deshalb möglich, weil die Jungs gut gearbeitet haben mit ihren individuellen Plänen. Wir hatten ein bisschen schwierige Bedingungen, weil doch das ein oder andere Training auch dem Schnee zum Opfer gefallen ist. Aber wir haben das Beste daraus gemacht und nehmen jetzt nochmal Anlauf in der letzten Woche vor dem Spiel gegen den VfB und freuen uns jetzt, dass es wieder losgeht. Jeder ist gehypt, dass die Saison wieder anfängt. Liga-Start ist immer was Cooles, Vorbereitung lief gut, haben von Tag 1 Gas gegeben, haben auch direkt das erste Testspiel gewonnen und jetzt vor kurzem hat gegen sein Tausend des 8-1, haben wir nochmal guten Abschluss hingelegt. Ja, und am Samstag schauen wir auf VfB Stuttgart. Die Schwaben, aktuell Tabellen Siebter mit vier Punkten Rückstand auf die TSG, gleich zu Beginn eine brisante Aufgabe. In mehrfacher Hinsicht. Ja, solche Duelle gegen den VfB, die sind natürlich auch von Emotionalität geprägt. Es sind besondere Duelle, ein spannendes Kräftemessen, denke ich. Und da geht es um ganz, ganz viele Dinge, aber auch viele kleine, wichtige Dinge, Details, die so ein Spiel dann auch entscheiden können. Und ja, VfB ist eine Top-Mannschaft in der Liga und da müssen wir schon dann auch einen perfekten Tag haben, damit wir dann auch das Spiel gewinnen. Wir gehen mit einem guten Gefühl nach Stuttgart, haben ja auch unser letztes Ligaspiel 7 zu 0 gewonnen. Das gibt uns auch noch mit Schwung. Und VfB Stuttgart ist eine starke Truppe, aber wenn wir halt als Mannschaft spielen und viele investieren, jeder alles gibt, um zu gewinnen, sollten wir es schon hinbekommen. Klingt nach einem guten Plan, ebenso wie das anvisierte Saisonziel. Wir wollen unsere gute Ausgangslage, die wir uns im letzten Jahr auch geschaffen haben, die wollen wir weiter ausbauen. Wir wollen oben dranbleiben und gucken einfach dann von Spiel zu Spiel, was geht. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und einfach das Beste rausholen. Wir haben jetzt noch sechs Spiele und die gehen wir so an, als sind das Endspiele und dann gucken wir am Ende, was dabei rauskommt. Im Idealfall ein Auswärtssieg. Die Stimmung ist gut, wir sind alle voller Vorfreude auf das Stuttgart-Spiel und die drei Punkte gehören nach Hoffenheim. Die Stimmung ist gut, wir sind alle voller Vorfreude auf das Stuttgart-Spiel und die drei Punkte gehören nach Hoffenheim. Die Stimmung ist gut, wir sind alle voller Vorfreude auf das Stuttgart-Spiel und die drei Punkte gehören nach Hoffenheim.